das hier ist definitiv schon sehr sehr alt die sehen ja wohl spektakulär oder noch viel mehr die sind sehr riesig ich habe gesagt die sind einfach so spektakulär mega guckt euch das an diese steine sieht aus wie so ein thron oder super überblick muss man sagen so riesig die steine da vorne flitzt meine frau durch die gegend und das sind noch mehr ich wollte die kamera heute gar nicht mehr an machen aber ich weiß nicht ob ich das hier sogar als zweites video raushaue weil das hier ist einfach zu genial noch diese feldspalten ich sage hier vorne sind noch viel viel mehr wie lange die hier wohl liegen ich habe schon gesagt wie lange die steine hier liegen würden die knuschen aber schon ein bisschen der sie krass ist er ist gut gut abgesplitterte dann gehen wir mal hin so wie kommen wir dann schnell darüber hier ich sage guckt euch das an so geil und wieder eine stelle die noch keiner kennt guckt euch da diesen kamenz man an so echt boah der ist krass abgesplittert hier guckt euch das mal an was für fette steine aber schön eine stelle die wieder mal nicht jeder kennt hier sind eine höhle ich weiß ja wann das sieht jetzt gehen wir mal da vorne hin der sieht auch hammer aus der stelle der sieht aus wie so ein hausdach da oben sind auch noch ein paar fette steine mega verdammt ja ja hier ist auch für eine mauer ja der baum so schräg abgekippt hier und sind noch viel viel mehr aber hier sind auch so grenzen über eine das sieht auch so aus dass wir das so abgrenzung verstecken und die haben wir hier wahrscheinlich auch für gearbeitet aber die zwei sehen auch ja vor allem guck dir mal das fette binde und dann muss er schon fast aus dem rumlaufen so dass du den von der anderen sollst du anpacken kannst der ist auch krass ja voll heftig die steine wie riesig ne und dann wächst er einfach so ein baum da oben raus das finde ich halt krass einfach mal so ein baum raus ja auf dem stein ja was ich immer geil finde schatz ist das hier da drunter ja weil das für mich ja so gedanklich so der älteste platz ist weißt du hier also hier ist auf jeden fall entweder ein oder hier hier ja da sind wir wieder im steinwald was ich noch schön finde ist das hier aber das ist sehr sehr trocken furzt trocken leider oder da oben haben wir auch noch ein schönes das hier sehe ich weiß nicht wie man das sterben muss glaube ich wüsste auf jeden fall die art von moos ich weiß nicht wie sie heißt es gibt ja verschiedene arten von moos ohne moos nicht los aber das finde ich sehr schön hier einfach spektakulär so so gucken wir nochmal da oben ob wir da nochmal haben hier sind überall wieso klingt das wohl das klingt wohl da runter krass ne da könnte man wieder auf ideen kommen was hier passiert dann könnte ich ich gerne dir dir ich dir mir es dir ich dir dir einfach spektakuläre bilder ich kann es nur wiederholen schön mal hierhin gekommen zu sein du könnt den ganzen berg ablaufen und du ja und du kannst den ganzen berg ablaufen du wirst überall so steine mal finden und so weiter überall so in dem fall sagen wir jetzt hier tschüss schönen dank fürs zuschauen und ich hoffe es hat euch gefallen hier durch felsenmeer einfach super schön wir gucken uns jetzt noch hier ein bisschen um und wir sehen uns im nächsten video nein